Sieht das normal aus? Ich weiß, man soll das Augen-Dings nicht so zur Seite ziehen, theoretisch. War da doch Fart? Wo? Ja, das wollte ich Ihnen auch herzeigen, wenn es fertig ist. Oh, sorry. Sie haben lauter Muster drauf und so. Ich hab das nicht gesehen. Da war nichts. Schau dir beim langsam und schlecht schminken zu. Ja. Sie kann das total gut. Schau, jetzt nimmt sie irgendein Dingsdi raus. Das war das falsche Ding. Nimm sie ein anderes Dingsdis raus. Ja, das muss ich jetzt suchen. Das habe ich wieder mal versteckt. Und jetzt einfach überall weiß, wir wollen ja schon ganz exakt gleich aussehen. Wollen wir das? Du hast gesagt, wir wollen gleich aussehen. Du brauchst Stirnfranzen, die Haare etwas kürzer und zwei fette Muttermale im Gesicht am besten. Also, wo ist das schwarz? Du brauchst das ja. So, jetzt siehst du aus wie ich. Scheiße, das passt. Na ja. Na, wenn ich lache nicht. Oh, so. Ganz ernst. Oh, ich hab's getroffen. Creepy. Wo ist die Gummischlange, die du schon drei Jahre da hast? Die habe ich weggeschmissen. Ich hab Pause. Und warum drehst du nicht ab? Lass das Scheißding einfach da liegen. Schau jetzt, ich zieh solche Scheißsachen vor. Hey. Ich liebe, dass ein Scheiß drauf ist. Ich finde die Farbe steht mir. Welche Farbe? Ja. Okay. Ich weiß, ich hab immer so dezente Sachen. Gib mir auch die Farbe. Ja, die ist sehr dezent. Aber ich hab noch dezente. Kannst du die Kamera langsam ausmachen? Ich will das nicht alles nach oben schneiden. Und jetzt sollte es ja eigentlich so aussehen wie ich. Nur anders. Anders! Mach die Samara! Mach die Samara! Oh. Buh. Dum 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 dum. Dum dum. Du kannst auch die Zoom-Funktion verwenden. Du musst nicht die Kamera direkt bewegen. Ja, aber Mr. B macht das genauso. Ein paar, drei Stunden lang Filme macht Spaß. Vor allem, weil sie so ratlos aussieht. Also gut. Den Kakao hat sie uns nicht gegeben. Aber ich hab mitbekommen, dass sie gelogen hat. Wir probieren später noch mal. Ich hab da meine Tee bestellt. Man versteht nichts am Video wahrscheinlich. Und man sieht nichts. Man sieht nirgends Spaß. Also hier laufen ganz viele Leute, ganz viel Zeug. Und sie trinkt Tee. Das ist 2-Stand-Elon. Zucker! Wow! Ja! Das ist ganz hartes Zeug. Rein damit. Nein, aber sonst saufen alle. Mich eingeschlossen. Sieht ihr mein Gast? Das ist es. Ich saufe. Und später, wenn dann lieber mehr so Hase saufen erwächst. Was wurde eigentlich aus Lisa oder wie haben wir jetzt... Nein, Susi! Ich weiß, dass sie hat sich lange nicht mehr über mich meldet. Oh! Ich hab sie selbst immer erfolgt. Sie hat begangen, Faust tatsächlich zu lesen. Und... Naja, ich hab nur so getan als ob. Und ein paar Verse zitiert. Ja, genau. Und das Beste dran, es hat uns tatsächlich jemand angesprochen. Ja. Das hat keine 5 Minuten gedauert. Und jetzt gehen Leute vorbei. Das ist ja typisch. Wieder mal typisch. Immerhin Leute vorbei. Überhauptlich peinlich. Also, auf jeden Fall hat er dann jemand daraufhin mit uns geredet. Und sich darüber unterhalten, wie gern oder nicht gern er Faust mag. Und uns gesagt, dass das eine Scheiß-Ammach-Methode ist. Also, ich fand sie toll. Ja, es hat ja funktioniert. Er hatte ein ganzes Bier lang mit uns geredet. Stimmt. Leute, könnt ihr mir einen Tipp geben? Wo ist die Walpurgisnachenstelle? Das soll angeblich spannend sein. Ich hab sie noch nicht gelesen. Warum habt ihr eigentlich 365 Tage im Jahr die Weihnachtsbeleuchtung an? Ich mein, die Jugendlichen von heute, links und rechts, ist doch alles das gleiche. Ja. Politisch seh ich das auch so, links und rechts, ist doch alles das gleiche. Ist doch egal, was man wählt, ganz ehrlich. Also, eigentlich muss man ja gar nicht zu den Wahlen gehen. Könnt ihr auch? Eigentlich muss man gar nicht zu den Wahlen gehen. Ist doch egal, was man für eine Regierung hat. Jede Regierung ist scheiße. Machen wir doch wieder eine Diktatur. Du wirst die Diktator. Gut, dann legst du dich einfach auf den Boden. Aber nicht jetzt. Irgendwann mal. Aber da ist es kalt. Ich bin der schlechter Diktator. Ja, irgendwann mal, okay. 30 Jahre später musst du mich nochmal dran erinnern, dann leg ich mich vielleicht da unten auf den Boden. Ja, genau. Vielleicht 30 Jahre später. Ja, okay. Beim Klassen treffen. Beim Klassen treffen, genau. Dann, wenn du schon gefeierte Chemikerin bist. Wenn ich eigentlich schon vernünftig bin und gefeierte Chemikerin, da habe ich dann schon meine Magistertitel, da habe ich schon meine Magistertitel, da habe ich mein Doktorat bis dahin, da habe ich studiert, da bin ich wundervoll, da bin ich anerkannt. Da habe ich 30 wissenschaftliche Arbeiten geschrieben. Gut, das geht sich in der Zeit nicht aus. Also, da habe ich vielleicht nur 20 wissenschaftliche Arbeiten geschrieben, aber alle hoch anerkannt. Chemisches Element wird sicher keines nach mir benannt, leider. Die werden seit ein paar Jahren nicht mehr nach berühmten Wissenschaftlern benannt. Aber, ja. Lady Chihitum. Wir kommen zu etwas Interessantem. Im Garten. Margarete sagt. Ich fühle es wohl, dass mich der Herr nun schont. Ein Blick von dir. Ein Wort mehr hält. Selbst wenn du meine Seele gekauft hast, das ist zu viel des Guten. Faust, grüßt ihre Hand. Soll ich mal Stop drücken? Es sind schon 5 Minuten und 49 Sekunden. Oh, ähm, das ist eigentlich schon illegal. Hey Leute! Also, ich habe heute wieder die Kamera. Ich kann eigentlich nichts dazu sagen, als man gewöhnt sich eigentlich voll dran. Und morgen ist eigentlich schon der letzte Tag. Und bei mir ist die Woche eigentlich ziemlich schnell vergangen. Ähm, wir wissen noch nicht, wie wir das mit der Kamera machen. Ich glaube, ich werde einfach zu ihr hinfahren. Ich habe ja sowieso nichts zu tun. Oh, und ein weiteres Problem ist, sie hat mir zwar das Ladekabel gegeben, aber sie hat mir nicht erklärt, wo man es reinstecken soll. Ich habe schon überall gesucht. Also, das wird sie vermutlich selbst machen müssen. Entschuldigung. Das wird sie vermutlich haben. Untertitelung des ZDF, 2020